Heute geht es um den Brexit. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Radio-Folge der Online-Geister. Das Thema der Sendung ist Brexit. Vorher bringen wir euch noch auf den aktuellen Stand. Online-Geister Hausmeistereien. Ja, letzte Folge, die gab es? Genau, kurze Auswertung. Online-Geister.com-Folge 033 könnt ihr alles nachhören zum Thema Manipulation online. Und wir kamen schon in Zeitung und haben trotzdem noch eine Menge vergessen. Ja, deswegen würde ich nur zwei kleine Ergänzungen setzen wollen. Zum einen, wir haben das ganze Thema Priming vergessen. Also insofern gerne einfach mal nachschauen. Zum Aufnahmezeitpunkt funktioniert zwar die Wikipedia nicht am 21. März, aber könnt ihr ja trotzdem nachhören. Genau, also zum Erstausstrahlungszeitpunkt heute im Radio, Erstausstrahlungszeitpunkt heute vor einer Woche am 21. streikt die Wikipedia die EU-Urheberrechtsreform. Weshalb heute zum Aufnahmezeitpunkt am 21. März die Wikipedia, die deutsche zumindest, nicht aufrufbar ist. Genau, aber wenn ihr das Ganze hört, dürfte das sich inzwischen wieder erledigt haben. Hoffentlich auch wie hier die Wikipedia 13. Ja, hoffentlich schreibt das auch so. Da nur ganz kurz, also Priming wäre das eine. Und wir haben noch ganz, ganz viele schöne Beispiele vergessen. Und da möchte ich vor allem auf Apples Beeinflussung durch deren Corporate-Sprech mal ein bisschen eingehen. Gab es eine sehr schöne Folge von Walulis dazu? Kann ich hier nur empfehlen. Genau, und das einmal. Und da wurde nämlich auch vor einigen Jahren mal das komplette Apple-Training-Manual für die Store-Angestellten geleakt, beziehungsweise, also beispielsweise, was so Formulierungen angeht, dass ein Rechner niemals heiß läuft, sondern maximal warm ist. Das hat niemals irgendwas crasht, es einfach nur nicht reagiert. Und dass die Mitarbeiter halt immer Verständnis für den Kunden aufbringen sollen. Immer alles nicht. Nicht so schlimm. Gefühlvollen Satzbau machen sollen. Ich kenne das ja vom Kundenservice. Man sagt dem Kunden nie, ach, dann sind sie hier falsch. Nein, 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 nein. Da sagt man, ich kann leider ihnen nicht weiterhelfen. Man selbst ist das Problem. Der Kunde ist niemals das Problem. Das ist wichtig. Und das halt so ein paar Beispiele dafür. Da habe ich einmal einen Link von Gizmodo und von Walulis. Das ist ja eigentlich Satire an der Stelle. Nee, das ist schon. Also er setzt sich so ein bisschen satirisch überspitzt mit den Dingen auseinander. Ja, aber es macht schon richtig korrekte... Aber an sich präsentiert ist ja schon komplett korrekt. Das heißt, beides verlinken wir euch nochmal kurz. Und das einfach noch als Ergänzung zu unserer letzten regulären Radio-Folge. Wie gesagt, Folge 33, Manipulation online. Den ganzen Rest schenken wir uns, denn heute haben wir auch ein recht großes Thema ja noch vor uns. Oder hast du noch Anmerkungen, Tristan? Ja, wir machen kurz die Meldung im Stelldurchlauf. Zumindest Meldung Nummer 1. Ja, meine ich ja, genau. Ach so, ja. Wir trennen uns. Ja, ja. Zumindest online an der Stelle. Also der Podcast läuft ja künftig getrennt. Die Radio-Folgen sind weiterhin als so ein 50-Minuten-Blog zu sehen. Aber weil wir ja inzwischen unsere Hausmeistereien auch als richtige News-Sektion quasi ausgebaut haben und halt unser Thema der Sendung, haben wir auch durchaus gespürt, dass euch die Sendung interessiert. Manche wollen aber lieber die News haben, andere eben lieber das Thema der Sendung. Da auch danke für euer Feedback. Wir hören auch drauf. Ganz wichtig. Und deswegen splitten wir ab sofort, zumindest erstmal testweise, unsere normale Radiosendung in zwei Teile im Podcast. Einmal die Hausmeistereien zur aktuellen Folge, dann das Thema der Sendung zur jeweilsen Folge. Das betrifft natürlich nicht die Ausstrahlung im Radio, im Livestream und on-air. Wie heißt das im Äther? Auf 95,9 könnt ihr uns immer noch ganz regulär hören. Jeden vierten Donnerstag im Monat um 19 Uhr in voller Länge. Und dann fragt darauf nach der Morgensendung. Genau, also wenn ihr uns kompakt geballt haben möchtet, gerne im Livestream oder im Radio. Ansonsten, ich werde es wahrscheinlich so machen, Mittwoch Hausmeistereien, Donnerstag die reguläre Folge, dass es auch zeitnah zueinander rauskommt. Okay, Google muss Strafe zahlen. 1,49 Milliarden Euro. Und ja, das ist kein Übersetzungsfehler. Milliarden Euro. Es gibt ja auch Milliarden, nicht im Englischen. Ja, da wären wir schon bei Billion an der Stelle. Wegen Verletzung des Kartellrechts. Das war ganz konkret erlassen worden. Also die EU-Kommission hat da unter anderem auch bei, witzigerweise Facebook, darüber berichtet, dass sie halt eben gegen Google eine Strafe in Höhe von 1,49 Milliarden erhebt. Begründungen alles verlinken wir euch dann in den Shownotes zur Sendung. Warum das Ganze? Aber ich muss sagen, ich weine dem Ganzen jetzt nicht wirklich in den Tränen. Aber ich glaube, das ist auch für Google, trotzdem gibt es keine Portokasse. Das ist schon ein ordentlicher Betrag. Das definitiv nicht mehr. Aber ich sage mal, Google hat ja auch durchaus ein bisschen Einkommen und was so auch die Position in bestimmten Ländern, Monopol, angeht. Ich sage nur... Also ich sage mal, es könnte Schlimmere treffen. Ja, das. Und man muss halt auch so hohe Beträge ansetzen, damit sowas Google überhaupt wehtut. Und ich finde da, ich verstehe wie schlimm das war. Ich habe jetzt nicht genau in die Sache geguckt, aber es trifft den Richtigen. Und wer auch Strafe zahlen muss, in dem Fall allerdings in den USA, ist TikTok. Da werden wir im Laufe des Jahres auch nochmal eine eigene Sendung zu machen. Das ist ein recht neuer Social Media Dienst. Hatten wir auch schon mal Berichten unserer... Ist aus Musical.ly entstanden. Genau. Also nicht so neu das Konzept, aber da haben sie sich ein bisschen verfrischt, verjüngt. Ich weiß nicht. Die sind dann einfach aufgekauft worden. Ja. Aber vielleicht so in der Masse einfach nicht so bekannt. Das ist so ein klassisches Jugendphänomen momentan, entwickelt sich aber auf jeden Fall. Und da planen wir halt auch schon rum, in welcher Sendung wir das... Also ich denke mal, hoffentlich erste Jahreshälfte. Ansonsten, ich versuche es zeitnah bei uns mit unterzubringen. Aber jedenfalls durfte TikTok in den Vereinigten Staaten 5,7 Millionen US-Dollar Strafe zahlen. Und da handelt es sich zum einen um die bis dato höchste in den USA verhängte Strafe im Zusammenhang mit Privatsphäreverletzungen von Kindern und Jugendlichen. Weil eben TikTok recht viele Daten abgegriffen hat. Ist halt eben als Plattform vor allem bei Kindern und Jugendlichen populär. Nichtsdestotrotz ist die Plattform einer der wichtigsten Trends 2019. Da hatten wir auch in unserer Folge Nummer 32, Social Media in Deutschland, kurz mitgesprochen. Und ebenso ist ein Standorteröffnung in Berlin übrigens für Frühjahr dieses Jahres geplant. Hierfür gab es da online übrigens auch schon ein paar schnellen Ausschreibungen. Also insofern viel Spaß da. Zumindest selbst ein Unternehmen, was da ein paar Millionen ärmer ist. Aber ich muss sagen, 5,7 Millionen im Vergleich zu anderthalb Milliarden ist schon ein Verhältnis. Ich weiß nicht, wie viel klarer TikTok als Google ist, aber ich glaube, es sind schon entsprechende Dimensionen. Ja, aber TikTok kann sich durchaus noch leisten an der Stelle. Okay, zum weiteren Themen. Unsere Plattform, bei der wir auch mit veröffentlichen, Social Media Statistiken. Ach so, das ist Samstead. Genau. Sumistad. Kurz, deswegen hast du jetzt gerade so kurz zu komisch geschaut. Internes, kürzes Samstead oder Sumistad. Wir wurden bei T3N, quasi der Tagesschau der Tech-Szene, als einer der besten deutschen Social Media Blogs gefeatured. Was uns als Podcast natürlich einmal sehr freut, weil wir da ja auch Inhalte mit beisteuern und halt generell. Und die unsere Inhalten versorgen. Ist ein Qualitätssiegel für mich schon mal. Also danke dafür. Nächstes Thema. Vielen Dank. Der Bundestag soll eigene Social Media Accounts bekommen. In anderen EU-Ländern wird die Bevölkerung bereits auch mittels Social Media auf den Laufenden gehalten. Besteht denn sonst in Deutschland die Gefahr, dass die Politik den Kontakt zu den Bürgern verliert? Könnten wir uns jetzt fragen. Ich meine, es gibt ja schon zum Beispiel eine Facebook-Seite für den Bundestag. Also, äh, Entschuldigung, die Bundesregierung, sorry. Die Bundesregierung, aber den Bundestag gibt es so noch nicht. Also das Parlament. Twitter-Accounts, von dem wie Kanzleramt hat, glaube ich, Twitter-Accounts. Ja, aber das Parlament selbst hat halt eben das noch nicht. Als eine Entität? Als eigene Entität meine ich noch nicht. Also die Bundesregierung hat zum Beispiel eine Facebook-Seite, unsere Bundeskanzlerin hat zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal und so weiter. Aber es hat eben auch noch keine eindeutige Linie gefahren worden. Insofern, ich meine, ich finde es nicht schlimm. Das ist einfach nur ein Gehen mit der Zeit, dass halt eben auch da die klassische Verwaltung, Regierung, oder in dem Fall eigentlich das Parlament, da stellst du ja nicht die Regierung, das ist ja Teil des Parlaments, aber das hat eben auch unsere parlamentarische Demokratie sich in diesen neuländischen Gegenden auch mal ein bisschen mit Äußerung verliegt. Was für, ob die überhaupt Stellungnahmen vertreten werden, denn der Bundestag ist ja, sind ja viele verschiedene Meinungen. Im besten Fall, weiß nicht, wie viel ist das jetzt aktuell? 700 noch was? 700 Knips irgendwas Abgeordnete. Genau. Im besten Fall ja so viele verschiedene Meinungen auf einem Haufen. Genau. Was dann daraus posaunt wird. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich ganz neutral einfach eben die Institutionen Bundestag sein, nicht so sehr die Parlamentare. Dafür gibt es ja die Fraktionen, dafür gibt es die privaten Twitter, Facebook, sonst was Accounts der Leute. Ich denke mal, da wird es ja wahrscheinlich darum gehen, einfach eben das Parlament als Parlament zu machen. Heute besprechen wir das und das, morgen ist Abstimmung für dieses und jenes. Haben wir ja nachher dann auch im Interview nochmal mit kurz dabei. Und jetzt ein Zitat. Hier ist eine neue Challenge für alle gelangweilten Teenager. Hashtag Challenge. Genau. An der Stelle die Trash Tech Challenge war das ja konkret gewesen. Mit diesen Worten begann wohl dann eigentlich auch eine der spannendsten und besten Social Media Challenges aus meiner Sicht zumindest. Die möchten wir supporten und selbstverständlich nicht unerwähnt lassen. Worum geht es an der Stelle? Also unter Trash Tech geht es darum, Jugendliche sollen dazu ermutigt werden, mal sauber zu machen. Und damit ist halt die Umwelt gemeint. Aha, ich dachte, das ist irgendwie Trash Tag. An diesem Tag machen wir irgendwie Müllsammeln. Gab es früher mal in unserem Dorf irgendwie Müllsammeltagen? Ja, natürlich, die anderen hatten sich sowas so botnig. Das waren diese Arbeitssamstage gewesen, wo es in der Gemeinschaft gemacht wurde. Aber es ist wirklich Trash Tech als Hashtag. Hashtag, Trash Tech. Okay. Finde ich gut. Deswegen supporten wir das, unterstützen das. Und ihr wisst davon jetzt auch an der Stelle. Finde ich cool. Also könnt ihr euch auch gerne so mit beteiligen. Das muss jetzt auch nicht unbedingt irgendein spezielles Event sein. Unterstützt einfach die Umwelt. Macht die Umwelt ein bisschen sauber. Sachen, die auf der Straße liegen, auch einfach mal mindestens in den Mülleimer werfen. Bringt schon was. Auf jeden Fall. Dann noch zum Abschluss der Allgemeinmeldung. Ein trauriges Thema habt ihr bestimmt bekommen, dass es einen Terroranschlag gab im neuseeländischen Christchurch, der auf Social Media live gestreamt wurde vom Attentäter. Selbst, genau. Der in einer Moschee unter anderem gewütet hat. Und ich habe heute noch übergelesen, Facebook hat das nicht, das Automatische über Facebook hat es nicht als Gewalt angestuft und deswegen auch komplett laufen lassen. Und es war auch sogar eine Weile verfügbar. Bis es irgendetwas gemerkt hat. Ja, das ist aber dieses allgemeine Problem. Ich glaube, da müssten wir auch mal über die Cleaners vielleicht mal eine eigene Dokumentation, eine eigene Folge machen. Denn das große Problem ist ja schlicht unergreifend. Facebook hat nicht wirklich viele Möglichkeiten, über Automatismen sowieso wenig, solche Inhalte rauszufiltern. Und da wird halt auch einfach sehr wenig gemacht. Und diese Cleaners sind ja einfach die Menschen, die sich das dann anschauen müssen. Und die sind halt auch vielfach überarbeitet. Und du brennst extrem schnell durch bei sowas. Kann ich mir vorstellen, weil jetzt wurde halt hier eine neue Dimension erreicht, wo man darüber nachdenken muss, wie viel Möglichkeit, wie Bühne, soll Social Media sowas bieten? Ab wann zieht man den Stecker einfach automatisch? Und da vielleicht auch nur, das Internet ist ja einfach nur ein Spiegelbild unserer realen Gesellschaft. Wir haben auf der einen Seite Terroranstiege, die live gestreamt werden. Wir haben auf der anderen Seite aber halt eben auch Umweltschutz, Schülerprotest, gute gesellschaftliche Bewegungen. Das Internet ist die Gesellschaft inzwischen. Deswegen passiert alles, was real passiert, passiert auch in dieser Form im Internet. Also Gutes wie Schlechtes. Wir möchten halt eben auch einfach ganzheitlich über alles berichten. Und neben unseren regulären Radiofolgen, in denen wir halt auch unsere Hausmeistereien haben, laufen einmal, die laufen einmal im Monat. Da gibt es auch unsere Podcast-exklusiven Formate. Die Quickies. Und da diesen Monat natürlich das vollständige Interview mit Detlef Janicek, von dem ihr später noch mehr hört. Dann würde ich zu einer Band kommen, die mich sehr überrascht hat, da ich sie als Vorband von einer anderen Band gesehen habe und sogar nicht erwartet hätte. Es geht um Band Knee. Sie kommen aus Boston. Und das Lied heißt Time Deer. Time Deer von Band Knee, vom Album Land Animal. Ich hoffe, die kommen wieder nach Deutschland. Die haben echt Spaß gemacht, uns zu gucken. Was auch Spaß macht, ist unser Thema der Sendung.